Endlich Mittagspause. Zeit für Lisa und Hilde mal wieder shoppen zu gehen. Allerdings muss Lisa im Gegensatz zu Hilde jeden Cent zweimal umdrehen. Komisch, denkt sie sich. Dabei haben wir doch fast das gleiche Gehalt. Wie macht Hilde das nur? Ach, was könnte man mit nur 300 bis 500 Euro mehr im Monat so alles machen? Hildes Geheimnis ist jedenfalls ganz legal. Es ist der Magnetschmuck von Magnetix. Als begeisterte Kundin überzeugt sie auch andere Menschen von den Produkten und bekommt dafür Geld. Das will Lisa jetzt auch mal ausprobieren. Sie bestellt ein Testberater-Set und hinterlegt dafür 199 Euro Kaution. Ein geringer Betrag, wenn man bedenkt, dass sie Schmuck im Wert von 1200 Euro erhält. Nun hat sie 30 Tage Zeit, das Geschäft zu testen. Zur ersten Wellnessvorführung hat sie einige Freunde eingeladen und am Ende Produkte für 500 Euro verkaufen. Da sie selbst 30% Rabatt erhält, sind das 150 Euro Gewinn für sie. Lisa lädt nun jede Woche zur Vorführung ein. Nach einem Monat hat sie bereits einen Gewinn von 600 Euro gemacht. So bekommt Lisa nach dem zweiten Monat schon 40% Rabatt und das dauerhaft ohne Mindestumsatz. Außerdem kann sie Freundinnen einarbeiten, um noch mehr zu verdienen. Mittlerweile kann sich Lisa viele Träume erfüllen. Und was ist mit Ihnen? Bestellen Sie jetzt Ihr Testberater-Set.